Hey Leute, da sind wir wieder mit vielen Leuten und ich bin der höchste von denen? Ne, bin ich nicht. Aber ich bin mit Abstand erstmal, aber dann bin ich der dritte höchste sogar von den Punkten her. Aber, ne warte, die Strecke hatten wir schon. Ähm, wir spielen... Also ich hab die in der letzten Episode ausgewählt, deswegen denk ich mir mal, ach scheiß, muss ich mal einnehmen, wir den Koopa Cup. So, nette Strecke, die es dann auch nochmal Mario Kart 7 gegeben hat. Aber wir spielen sie auch nur vielleicht, wir werden erstmal sehen. Es wird, oh, GBA Bowsers Festung 3 wieder, auch eine meiner Lieblingsstrecken. Na dann, wollen wir mal. 100 CCM vs. Rennen. Alles klar, wir sind eine volle Bude und ich hoffe es gibt keine Disconnects und die Spieler verhalten sich alle fair. Aber es sind alles so Sachen, die man wirklich sich erhoffen kann. Also, naja, gut. Oha, von dem Ding hol ich mir erstmal Respekt von einem. Okay, dritter schonmal. So, die Pros sind da direkt schonmal vorne. Gefällt mir gar nicht. Ich will die nämlich hinten sehen. Oh, die Banane, die war sehr fies. Aber knapp an mir vorbei. So, der ist für dich. Ach, ja, nee, ich dachte, er hat eine Banane gehabt. Okay, dann hat er keine und kann es nicht abwehren. Loser! Und ich mach den coolen Slide-Stun-Sprung hier hin. Gut. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Das sag ich jetzt, um zu provozieren, dass jetzt tausend Sachen auf mich drauf kommen. Also, erstmal lege ich ungefähr genau hier eine Banane hin. Also, da lege ich hier auch eine hin. Und da kommt schon erst eine Rote. Und zack, abgewertet. Alles klar. Ey, das scheint sogar echt cool zu laufen gerade. Ich auf Platz 1 gegen die dicken, micken Pros-Most. Das wollen wir mal sehen, wie das ausgeht noch. Oha. Gut. Oh, fuck. Ich werde fast in dieses Ding da rein. Okay. Ich versuche dem Bananen hier irgendwie eine Falle zu stellen. So wie... Oh, okay, gut. Ich bin auch rübergekommen. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber da hat ein Typ ist nur schon dicht auf dem Bersen hier wieder. Das ist nicht gut. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich das verändert bekomme. Oh, gut. Ich habe nämlich nichts zum Abwehren. Das Ding kann keine Panzer abwehren. Ich habe immer noch nichts zum Abwehren eigentlich. Ähm... Wir wollen mal gucken. Ich glaube, das Ding setze ich einfach nach der Kurve so ab. Ach du Scheiße. Der Typ will mich echt haben. Schmeißen voll die... Yes! Das hat geklappt. Ich habe den sogar voll erwischt damit. Okay, Mr. Pro. Mann! Und dann kommt jetzt noch so eine Runde. Ich weiß doch eh, dass in der letzten Runde... In der letzten Runde geht eh immer alles schief. Das ist gescriptet, Mann. Das weiß man jetzt schon. In der letzten Runde, Freunde. So. Gut. Ähm ist sogar noch ein weiterer Rund eingefallen, sentimental zu werden, dass er Online-Modus abgeschaltet wird. Ich meine, überlegt euch mal... Ich habe das Datum jetzt leider nicht genau im Kopf. Aber überlegt euch mal, wann ich überhaupt mal mit diesem Let's Play angefangen habe. Das war 2011 oder so, Mann. Auch schon über drei Jahre. So lange sitze ich an diesem Spiel, Mann. Und es ist echt viel passiert in meinem Leben, seitdem ich meine... Ich meine, wenn man das so als Anhaltspunkt vergleicht... Ich meine, zum Beispiel... Keine Ahnung. Ich meine, ich bin erst mal drei Jahre älter geworden. Das ist schon mal ein Unterschied. Ab... Oh, fuck. Okay, das hat mich das Rennen gekostet. Da ich diese Kurve verkackt habe, hat mich schon mal Platz 1 gekostet. Vielleicht schaffe ich es noch zweiter zu werden. Wir wissen es nicht. Ich glaube, der kann das Ding abwehren, aber ich schmeiße es einfach trotzdem ab. Ich glaube, der hat es abgehört, oder? Scheiße. Okay, ein Pilz. Go. Okay. Was? Der hat... Oh, fuck. Komm, 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 komm. Ah, schade. Schade. Das war wirklich knapp. Ich hätte den vielleicht noch überholen können. Wenn die Strecke noch ein bisschen länger geworden wäre. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, am Ende geht alles schief. Okay, es ist eine Sache schiefgegangen. Aber das hat mich schon Platz 1 gekostet. Naja, bin mal gespannt, wie viele Punkte die mir dafür schenken wollen. Ja, ich meine, ich let's play schon lange. Überleg, vergleich mal, nur mal so aus Interesse, ähm, oder so. Vergleich einfach mal Mario Kart Wii Part 5. Das war die erste Online-Folge. Mit, äh, dieser hier. Boah. Allein schon, wie ich da klinge, ne? Ganz anders als jetzt. Ich glaube, mein Kommentarstil ist auch irgendwie anders. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich meine, großen und ganzen, als Mensch an sich, habe ich mich natürlich nicht verändert. Aber, ich weiß nicht. Man wird älter und man redet auch vielleicht ein bisschen anders dann. Und das ist einfach mal interessant zu vergleichen. Weil ich gucke mir die Videos mal an. Also, was jetzt mal, wirklich selten schaue ich da mal rein. Ich, du, du weißt nicht, was du vor drei Jahren in einem Video gesagt hast. Ich weiß noch nicht mal, was ich in Videos gesagt habe, die ich vor zwei Wochen aufgenommen habe. Aber es ist schon echt interessant. Es ist, man sieht sich zwar selber da drin, aber man weiß es irgendwie gar nicht vorher. Das heißt, du, du, du weißt gar nicht, was passiert. Du denkst ja nicht, oder ich denke mir jetzt nicht. Ja, das, ich erinnere mich noch daran, weil das ja, ich habe das hier gespielt. Als ich das jetzt nochmal gucke, dann, wisst ihr, wie ich meine? Ach, ihr wisst eh nicht, was ich meine. Also, ich spiele das Zeug und dann gucke ich es mir an. Und eigentlich weiß man ja, was dann passiert ist. Aber man weiß es natürlich nicht. Es ist viel Zeit vergangen. Ist ja klar. Und dadurch ist es eigentlich schon fast, als würde ich einen anderen Typen sehen als mich. Und ich muss sagen, das ist ein ziemlich cooler Typ. Das auf jeden Fall. Das heißt, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Also, es kommen ja jetzt... Oh, Mann. Okay, ich habe das Item noch bekommen. Du Penner. Ich habe das Item noch bekommen. Du One-Handed. Also, es kommt ja eigentlich... Jede fünfte Folge ist ja online. Ist ja Standard bei mir. Und, beziehungsweise war es bei Markard DS damals, was noch älter ist. Das, glaube ich... Aha, der ist runtergefallen. Okay, er ist wieder vorne. Kein Problem. Kein Problem. Ey, die Strecken gibt es auch im Dings bei Markard 7. Ups, shit. Ähm, wo war ich jetzt? Ach ja, bei Markard DS habe ich gemacht, dass jede fünfte Folge diese Rennmission, wo die Kinder sind. Das war schon Standard. Boah, und da war ich ja noch viel jünger, Mann. Boah, hatte ich da eine Babystimme, Mann. Okay, vielleicht nicht ganz so Baby, weil ich kenne meine Stimme, bevor ich dann wirklich jung war. Und ich sag mal, wann habe ich die Sachen aufgenommen? Mit 16 oder so? Und ich würde mal sagen, das war überhaupt genau das ja, wo ich überhaupt mal so eine Art Stimmung hatte. Mit 14. Ich habe noch, also Videos, keine Gameplay-Videos, also Videos von mir, wo ich 14 bin. Boah. Da hatte ich eine Kinderstimme, also. So, mit 16 zwar weniger, aber ist natürlich nicht ganz weg gewesen. Mit 16, so, und jetzt, nach der ganzen Zeit, würde ich mal sagen, habe ich die Stimme eines erwachsenen Mannes bekommen. Vielleicht nicht die geistige Reife, aber die Stimme. Und das ist eigentlich schon alles, was man braucht für den Let's Play. Also, 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 ich weiß nicht, nein, das will ich jetzt damit nicht sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn man irgendwie eine klinischere Stimme hat, dass man nicht für Let's Plays gezaugt ist. Das stimmt gar nicht. Das ist ja natürlich mal von der Person selber ab. Aber ich meine, ach, ihr wisst auch manchmal. Ich meine das gar nicht so. Jo. Das dazu, aber ich wollte eigentlich sagen, jede fünfte Folge online. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier auf Vorrat spielen muss, damit ich das gesamte Online, äh, wie heißt das, das gesamte Mario Kart Custom Track Spaß Ding damit abdecken kann. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Es werden dann die Sachen kommen, wo ich das nicht mehr kann. Also, wo ich die nicht mehr abdecken kann. Weil es gibt tausende Cups. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich gespielt habe. Und seitdem gab es auch nochmal ein Update und sowas. Ich weiß gar nicht. Warte mal, hier kann ich ja abkürzen irgendwo. Wo fahrt das? Der Typ ist auch gerade lang gefahren. Ich bin diese Abkürzung, die habe ich erst sehr, sehr, sehr spät entdeckt. Deswegen kenne ich die gar nicht mehr so gut. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich damit viel abgekürzt habe. Aber ich bin gefahren. Das ist schon mal gut. Okay. Oh yeah, dritter Platz. Also, ich bin, glaube ich, sogar schon zufrieden, wenn ich es schaffe, so zu bleiben. Kleine Überraschung für den vor mir. Ich weiß gar nicht, wie weit der vor mir ist. Ich glaube... Okay, da kommt ein blaues Ding an. Oh, what the fuck? Das war gerade richtig. Komisch. Okay, da liegt ein Pilz. Für mich. Und noch ein Pilz für mich. Perfekt. Gut. Also, ich glaube, den zweiten Platz habe ich wohl nicht mehr. Aber ich habe einen guten dritten Platz. Mit gutem Abstand meine ich. H2 stirbt. Wäre die Strecke noch ein bisschen länger, ne? Ich hätte den noch bestimmt bekommen. Drei Panzern. Schade drum. Was soll's. Warte, wie viel ist der Strecke? Das war jetzt die zweite Strecke, oder? Für diese Folge. Ich habe eben ein sehr schlechtes Erinnerungsvermögen. Okay, jetzt heißt es erstmal warten auf diese ganzen anderen Pelle. Voll viele Marvel spielen. Oh, 61 plus. Oh, yeah. Alles klar. Nächstes Rennen. Ich bin froh, dass die Räume voll sind. Rennen wird vorbereitet. So. Warte, das war doch... Wir haben Bowser-Dings gespielt. Wir haben die gerade gespielt. Aber sonst keine, ne? Würde ich mal sagen. Ich sollte mir irgendwie so Notizen machen, oder so, während ich fahre keine Ahnung. So, ja, ja, das haben wir schon gemacht. Und so weiter und so fort. Mein Gedächtnis ist wirklich furchtbar. Okay, die ganzen Fahrer. Und wir spielen... Ach, wisst ihr was auf Cooper Cup? Habe ich, glaube ich, nicht so Lust mehr. Habe ich mir anders überlegt. Ich will jetzt einfach mal Regenbogen und Bule wahrhaben. Obwohl ich voll scheiße auf der Strecke bin. Ich will die jetzt einfach. So. Ähm, okay, am wenigsten hoffe ich, kommt Mondblickstraße. Aber irgendwie habe ich gerade so irgendwie das Gefühl, ne, das wird es noch. Ich glaube, die anderen werden alle okay, wobei, Various Goldmine, hm. Und Blätterwald, wieso wählt der Penner nochmal Blätterwald? Das ist total flach. Das kommt jetzt nicht, ne? Gut, Bowsers Festung. So soll's sein. Ich meine, wie viele Bowsers Festungen es gibt. Was ist mit Mario Kart 8? Aber da gab's ja auch Dingstrecken. Also Strecken aus alten Spielen. Ich weiß nur nicht alle auswendig jetzt. Ich hab nur ein paar gesehen. Wisst ihr, welche Strecke? Ich weiß nicht, ob die da drin ist. Aber falls nicht, dann beachte jetzt folgenden Satz. Wisst ihr, welche Strecke ich mir echt mal wieder zurückwünsche? Bowsers Castle aus Mario Kart Double Dash. Das war eine der coolsten Strecken aller Zeiten. Die war voll groß und voll inhaltsreich und... Oh man, die war einfach nur genial. Hab ich richtig, richtig gemocht. Ich glaub, Pills City gab's auch. Aber ich glaube, die ist wieder Mario Kart 8. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich wollte auch falsch stimmen. Aber ich meine, so war es. Ja, im groben Überblick hat man ja alle Strecke schon gesehen. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaub, Pills City war da. Oder wird kommen. Für mich ist das ja nur noch nicht draußen ein Spiel. Ich spiele das Spiel in einer tiefen Vergangenheit. Weswegen ich auch Möglichkeiten hab, Mario Kart 2 online zu spielen. So. Oh. Irgendeiner ist hinter mir und das gefällt mir gar nicht. Verdammt. Kurz bevor der klein wird. Naja. Ich wollte extra noch schnell so einen coolen Stuntsprung machen, um zu entkommen. Ist nichts draus geworden. Ich muss klein sein. Okay. Oh, und da schon der Nächste. Gleiches Dilemma. Aber was will er machen, wenn ich selber so ein Mutant bin, hä? Hä? Und was will er denn den ersten Platz machen, wenn er dieses Ding abbekommt? Und was wollen die machen, wenn ich normal groß bin und nicht klein bin? Das sind alles Fragen, die ihr euch jetzt mal alle schön beantworten könnt. Also ihr Gegner. Verdammt. Und jetzt hab ich die Kurbel schlecht bekommen. Oh yeah. Und jetzt nochmal. Warte mal. Es gibt die Wüstenstrecke aus Marika Double Dash. In Marika Dach. Das weiß ich noch. Und manche Strecken hab ich auch gar nicht wiedererkannt. Weil die einfach so optisch total von dem Farbstil her total anders aussehen. Es gab zum Beispiel auch die Kumu-Weide aus diesem Spiel hier. Ist auch in Marika Dach. Und die sieht voll anders aus. Die sieht komplett anders aus. Autsch. Shit. Oh fuck, mein Pilz. Ey, der Typ hinter mir, ne? Ey, das ist der selbe Penner, der mich irgendwo befahren hat. Und der weiß auch, dass der das ist. Okay, irgendwie hat der dich da durchgeschlängelt und ist viel schneller als ich unterwegs. Ich frage mich nicht, wie er das gemacht hat. Okay, der erst überlebt, überlebt eine Überraschung. Ja, genau, ich glaub, das war genau, was ich sagen wollte. Ah, shit. Leider hat er mich genau erwischt. Mehr Glück hat's verstanden, würde ich nur sagen. Okay. Also, die sind nicht so weit weg von mir. Also, wenn irgendwas... Oh, genau sowas passiert, dann hätte ich sogar noch eine Chance. Irgendwie mich auf einen weiteren Vorderpunkt zu drängen. Werden sehen. Da vorne sehe ich schon einen. Konsens. ADF. Was steht da? ADF. Ich kann jetzt nicht wirklich lesen und zocken gleichzeitig. Ist das wohl nicht gut? Ah, kommt irgendein Über-Item jetzt. Aber... Nee, es ist die Box. Okay, dann behalte ich sogar meine Dinger um mich rum. Liefern einen guten dritten Platz. Ey, die mit den dicken Punkten, die sind immer auf Platz 1 und 2. Ich weiß gar nicht, wie ich es immer wieder schaffen. Ich mein, die fahren nicht mal diese klassischen Daisy und Funky Kong. Die fahren einfach ganz normal, Leute. Was ich voll cool finde, eigentlich. Okay. Bowser's Magen sehen wir gerade. Der so am Rumbackeln ist. Gut, ein paar fahren noch. So langsam ins Ziel rein. Oh yeah. Und vorbei. 49 für mich. Alles klar. Langsam mache ich mir wieder ein paar Punkte. Dieser Bande hier. Gut, nächste Strecke. Die letzte für heute. Oder für diese... Ja, für euch sagen wir für heute. Für mich ist das wahrscheinlich nicht die letzte für heute. So, Renen wird vorbereitet. Bitte warte. Ich will nicht disconnecten. Das wäre echt das Schlimmste, was mir passieren könnte. Oh wow. Ich habe zuerst gewählt. Okay. Bin noch mit allen Schrecken einverstanden. Ja. Okay. Vulkan-Grollen bin ich ja nicht auch voll schlecht dran. War Vulkan-Grollen auch im Mario Kart 8? Ich glaube. Ich glaube, die kommen auch drin vor. Da kam irgendeine, die ich voll doof fand. Nee. Die fand ich gar nicht so doof. Nee, es kam Dings. So, B-Land aus Mario Kart Double Dash. Die war okay, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht so ein Eistrecken-Fan, aber die war okay. Die war nicht so schlimm. Aber war nicht irgendeine Strecke dabei, auf die ich gar keinen Bock hatte. Ich weiß es gar nicht mehr. Da gibt es noch diese Musikwelt. Oder Musik-Land oder so aus Mario Kart 7. Die ist noch da drin. Sieht auch optisch nochmal voll anders aus, fand ich. Bei den... So, da sind die Sachen, wo ich mir sicher bin, dass die drin sind. Bei den Vulkan-Dingen bin ich mir das gar nicht mehr so sicher. Da drin ist... Da kam noch irgendwas aus dem ganz alten Mario Kart drin vor. Auf jeden Fall. Muss ja eigentlich... Ich erinnere mich jetzt noch nicht, welche Strecke. Äh, ja stimmt. Dann gibt es natürlich noch, äh, was, worauf ich mich sehr freuen werde. Rainbow Road aus, ähm, Mario Kart 460. Weil es eigentlich eine echt geile Strecke war. Weil die einfach die Atmosphäre hatte. Wow. Okay, viele fallen runter. Ich auch fast. Aber nur fast. Ich darf leben. Okay. Roman und Ronheim mit. Und da kommen diese ganzen anderen Leute. Du, was? Wie hab ich dich nicht erwischt? Wie hab ich euch beide nicht erwischt? Ich hab dieses Ding... Nö. Keine Chance. Ich meine, mit dem Ding sollte man eigentlich fast garantiert jemanden erwischen, wenn du drei Dinger um dich herum hast. Aber zweimal hintereinander knall ich einfach nur gegen dir und das passiert nichts. Das war echt übel. Okay, der eine Typ hat das Wurst-Item bekommen. Au, scheiße, bin ich abgehüpft. Okay. Au, fuck. Okay, Platz 2. Platz 2 ist gut. Denk ich mal. Oh, oh. Nein, ich bin nicht erwischt. Okay, ist ja gut. Sehr schön. Ich darf weiterleben. Und ich darf überhaupt nicht sehen. Alles klar. Ja. Letzte Runde. Ich weiß gar nicht. Mit Let's Plays bin ich ja momentan sowieso gar nicht so dran. Aber irgendwie motiviert mich das schon ein bisschen. Oh, da ist jetzt so. Und ich erwische... Irgendwie gar keinen, weil ich so ein schlechter Mann bin. Ich bin irgendwie schon motiviert, dann die Custom-Tracks weiterzuführen. Eigentlich, wenn ich das so zocke. Aber klar, ich nehme es hier im Voraus auf. Aber muss das wirklich heißen, dass man das erst zwei, drei Jahre später hochladen muss? Ich weiß nicht. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Oh, oh. Na gut. Na toll, jetzt habe ich... Ah, cool. Ich habe Glück gehabt. Ah, ich habe jetzt nicht so Glück gehabt. Aber warte mal, ist überhaupt jemand hinter mir? Ich meine, vor mir ist der eine Typ, der dick Abstand hat. Aber ich bin dafür der gute zweite Plätze. Mit einem dicken Abstand. Klappt dieser eine Glitsch noch? Es gab mal so einen Glitsch. Wow, wo kommt der denn hin? Damit man hier voll die Strecke irgendwie so durchschicken konnte. Indem man irgendwie da am Rand langgefahren ist oder so. Und da irgendwie drei Runden... Ich weiß gar nicht. Kann ich schwer beschreiben. Man muss irgendwie nach links, also sobald die Strecke anfängt. Und dann irgendwie da an der Wand entlang fahren. Irgendwie hat man dann drei Runden damit geschafft. Ich weiß gar nicht, weil ich habe das, glaube ich, online nicht erlebt, dass jetzt irgendwelche Leute einfach nach 20 Sekunden schon die Strecke durch hatten. Ich habe auf jeden Fall einen zweiten Platz belegt. Und die Strecke sollte jetzt enden, sobald Mario da reinfährt. Oder etwa nicht? Okay, dann nicht. Jetzt ist sie zu Ende. Wir haben 61 Punkte. Wir sind wieder auf 6, 7 hoch. Perfekt. Alles klar. Nächste Strecke mit zwölf Leuten. Genau das perfekte Timing, um aufzuhören. Danke, dass ihr zugesehen habt. Die Folge war schon irgendwie besser. Es gab keine Fates, glaube ich. Ich meine im Sinne von Disconnects. Aber kann hier jetzt noch kommen. Also jetzt oder in der nächsten Folge. Dann sehen wir ja dann. Also bis dann. Okay, da bin ich. Der Online-Spaß... Was? Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist ein anderer Typ namens Marco. Damit komme ich gerade überhaupt nicht klar. Aber der Typ ist der schlechte Marco. Das kann ich euch allein schon sagen. Erstmal, weil er 4.900 Punkte hat. Und das unter dem Durchschnitt ist. Und außerdem, weil er seinen Namen klein schreibt. Er schreibt einfach klein. Für wen hält er sich? Ich bin der gute Marco. So, und der Typ ist mein größter Feind auf jeden Fall. Den habe ich mir jetzt gerade zum Feind geredet. Kokospromenade. Alles klar, damit bin ich vollkommen zufrieden. Eine schöne Strecke war mal meine Lieblingsstrecke. Ist es mittlerweile nicht mehr sowas. Aber nicht heißt, dass ich die nicht mehr mag. Ich weiß gar nicht. Es ist nur irgendwann... Man spielt und spielt immer eine Sache immer wieder. Und dann irgendwann ist das so, ne? Keine Ahnung, ihr bist doch locker. Wovon ich rede. Ihr habt da auch bestimmt eure eigenen Beispiele. Und nicht mal 20, glaube ich, mit Marikardstrecke. Sondern an sich einfach... Oh, oh. Ist das Ding am Mechner? Boah, der wollte es mir abgeben, ne? Was? Warte mal. Wieso habe ich es doch bekommen? Wieso habe ich es auf einmal doch bekommen? Ja, okay. Ich darf nicht den Drift hier instant machen. Ich muss... Oh, ich muss mit dem schlechten Marco abhängen. Ich bin zu klein, um ein Item zu bekommen. Alles klar. Ich weiß gar nicht, warum ich das trotzdem abbekomme. Einer hüpft einfach rum. Habe ich mir mal hier das Item. Alles klar. So, hau mal schön ab. Das ist jetzt mein Revier. Und hinter mir ist noch einer mit Stern. Was soll denn das? Yeah! Okay, das Ding fliegt einfach an mir vorbei. Der rote Panzer finde ich vollkommen in Ordnung. Okay, äh. Leute, blockiert nicht die Straße. Fuck, das sind schon alle. Ja, ja, ja. Oh, schon Schmatz. Ein Pilz wäre jetzt ziemlich geil. Oh, drei Pilze. Meine ich natürlich. Weil ich damit Tierdampf fahren kann. Ich kann so die ganze Abkürzung nutzen. Jo. Sehr gut. Ah, das war jetzt nicht mehr so sehr gut. Aber was soll's. Coconut Garden. Voll die Mall. Das muss mal... ...ein Mario-Spiel geben, das irgendwie... ...so was hier ne Mall hat. Als Level. So ein Mario 64. Mit... ...mit... ...so nem Einkaufszentrums-Level. Das wär bestimmt Folge. So stell ich's mir zumindest vor. Auch so mit gefährlichsten Sachen und so. Gern aufhalten. Sonst wär's irgendwie komisch. Sonst kommst du mal Super Mario einkaufen. Spielen. Nein, ernsthaft? Ach komm. Es hat so schon angefangen. Fuck. Das ist wirklich sehr schlecht. Wir haben nicht mal die zweite Runde beendet. Gut. Und dann muss ich wieder leider einen Cut machen und... ...ähm... ...ja. Ihr wisst, ne? Gut, Freunde. Da bin ich wieder. Wir können hoffentlich weiterspielen. Ähm... ...ein kleiner Disconnect. Und ich muss ne halbe Stunde warten, bis ich wieder zocken kann. Ich hab die ganze Zeit versucht, auf den Server zu kommen. Also, auf den Server in ein Spiel zu kommen. Es hat einfach nicht geklappt. Ne halbe Stunde lang. Einmal hat's sogar fast geklappt. Dann war ich sogar... Ne, nicht ganz so weit wie jetzt, sondern jetzt so... Keine Ahnung. Die Vorschau war da. Welche Strecken und so alles... Also, welche Fahrer da sind und so. Dann kurz bevor es so losging. Na, nein. Du wurdest doch getrennt. Schade. Boah. Das war frustrierend. Okay, wir haben wieder die N64 Bowser's Festung. Bitte, lass mich einfach nur diesen Kram spielen. Ich glaub, das wird die letzte Folge. Es ist... Es ist... Es sieht vielleicht gar nicht so schwer aus, aber es ist sehr, 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 sehr aufwendig, so eine einzige Folge zu produzieren. Einfach weil... What the fuck? What? Der war auf dem Ding drauf. Es ist sehr... Es ist sehr schwierig. Einfach weil man einfach ständig rausgeworfen wird. Und dann, wenn man einmal draußen ist, kaum wieder reinkommt. Das ist sehr, sehr... Boah. Das glaubt man gar nicht, Alter. Halbe Stunde hat das jetzt gedauert. Oder fast eine halbe Stunde. Ich hab jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, aber ich denke, es geht schon um 20 Minuten hoch. Ich kann es einfach mal so hochladen. Ohne es zu schneiden. Boah, ich glaub, dann würdet ihr mich hassen. Das will man sich nicht angucken. Okay, der Typ mit einem Stern, ne? Der erwische mich nicht. Ups. Scheiße. Ist mein Tüft kaputt? Ah, aber ich glaub, es ist nicht so schlimm. Ach, scheiße. Das war schlimm. Weil jetzt kommt Mr. Mr. Hawaii. Oh, der ist runterfallen. Und der ist wieder drauf. Mr. Hawaii. Meint ich eigentlich den Japaner? Okay, dann bist du noch ein Japaner. Alle aus Japan. Tja, wer weiß. Ich würde sagen, das ist die letzte Folge online. Ähm. Vielleicht geht der Online-Modus ja weiter, wenn die Server weiterleben, indem die Fans sie am Leben halten. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Dann kommen weiter Online-Folgen. Aber ich glaube, das mach ich jetzt in meiner offiziellen letzten Folge. Damit hätte ich zwar nicht das komplette Let's Play abgedeckt. Also inklusive der Dinge. Weil normalerweise das Let's Play damals war ursprünglich gedacht, nach 40 Parts ist Ende. Dann hab ich mit Freunden oder auch Fans damals, auch sehr lange her, ähm, eine Mareka-Session gemacht. Wir waren alle in einer riesigen Skype-Konfig. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal vorher erzählt habe. Jetzt erzähl ich das einfach mal. Und haben dann so aufgenommen. So ein paar Strecken. Über eine Stunde oder so. Und auch Online-Wettbewerbe haben wir auch gemacht. Online. Okay, dann. In dem Sinne hab ich schon mal Wettbewerbe online gespielt. Aber nur mit Freunden halt, ne. Nicht so offiziell. Ähm. Aber das hab ich nie hochgeladen, das Video. Einfach, weil es damals danach zu Streitigkeiten kam. Mit einer Person von denen. Und, ähm, also nicht zwischen, also auch zwischen mir und dieser Person. Ich sag nur nicht, ich glaube ich werde nicht mal im Video, ich werde nicht mal sagen, wer es ist. Äh, es kam zwischen fast allen anderen und dieser Person zu einer Auseinandersetzung. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen soll. Jetzt vielleicht doch noch zum Abschluss. Ich hätte eigentlich schon immer Lust drauf gehabt. Weil es ist eigentlich lustig gewesen. Oh fuck. Oh, bin ich ein Idiot. Ich kann's machen, aber man soll ja eigentlich nicht... Ich weiß gar nicht. Ich hab jetzt nicht... Also ohne Erlaubnis, was hochladen ist, so so falsch. Aber ich hab jetzt nicht erteilt bekommen, dass ich das nicht hochladen darf. Das hat mir jemand gesagt. Nur, wenn ich das jetzt mache... Hm, werden wir ja mal sehen. Vielleicht, ich kann's ja machen. Vielleicht wird's dann rausgeschmissen aus YouTube. Wenn man Einspruch erhebt, dann... Weil das ist vollkommen zurecht. Dann hab ich das auch zu entfernen. Muss ich mich auch dran halten. Aber ich kann's ja mal machen, glaube ich. Einfach hochladen. Die meisten werden einverstanden, denke ich. So, schon sehr lang her. Ist sehr lustig, damit... Keine Ahnung, das war... Boah, das war eine super Zeit. Lass mal auch den Leuten so ein bisschen... näher gekommen von dort. Auf jeden Fall sehr super. Weil es war geplant... Oh, hallo, Typ, der mal da war. Es war damals einfach geplant... Ähm... 40 Episoden, glaube ich. Und ich glaube, das war dann die letzte... Sollte damit die hochoffizielle Abschlussfolge werden. Es war nichts davon geplant von Custom Tracks, dass das noch weitergeht und so. Und das soll einfach das große Finale sein. Was es ja nie gegeben hat, dann so gesehen. So, ich glaube nur, bei der Aufnahme ist das Problem, es gibt gar keinen In-Game-Sound. Irgendwie habe ich das damals anscheinend voll verkackt. Aber wird trotzdem, glaube ich, gut. Also, es waren... Ähm... Wie viele waren wir? Ich müsste jetzt aus dem Kopf raus sagen. Weiß ich gar nicht. Es waren auf jeden Fall ein paar Abonnenten und ein paar Freunde so gemischt. Alle in einer großen Konfi. Es war total bunt und Party und Spaß. War cool. Ich glaube, wenn ich jetzt darüber rede, habe ich sogar die Pflicht, es hochzulassen. Ich meine, ich rede es euch die ganze Zeit schön. Ähm... Wird vielleicht ganz zum Schluss... Vielleicht doch nochmal ganz zum Schluss. Oder vielleicht zwischendurch... Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie ich dann lustig bin. Die Aufnahme steht auf jeden Fall noch. So. Ähm... Regenbogen-Boulevard. Machen wir. Sieben, ja. Neun. Und der zehnte, der will... Der zehnte, der will... Der zehnte will was? Das will Nummer 10. Er weiß es nicht. Er hat keine Ahnung. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr an seiner Wii drin. Deswegen kommt auch so eine Zufallsstrecke bei raus. Na gut. Ey, hoffentlich kommt meine. Pierse. Ne, meine, 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 meine. Nicht Blätterwald. Okay, die ist auch gut, weil die hatten wir jetzt in letzter Zeit auch nicht. Ich werde jetzt nicht so oft die gleichen Strecken hintereinander natürlich spielen. Also dann. Der Schlossgarten von Peach. Aus Marca des. In Marca des. Boah, und die starten schon wie die wahnsinnigen hier los. Eddie. Voll der Name. Nein, leider keinen Pilz. Dafür kriegst du. Ne, du kriegst nicht. Was? Wie ist denn getroffen worden? Auf jeden Fall nicht von mir. Okay. Wir nehmen hier mal die coole Abkürzung, sag ich mal. Als ob nicht jeder diesen Weg fährt. So, einfach so hinter oder vor dem Blumenbeet nehme ich durch. Und das Interessante ist, das gibt es jetzt gleich nochmal, aber da ist das gar nicht mehr so einfach zu machen. Weil, seht ihr, muss man irgendwie da... Ich glaube, dann droht sich das schon mal nicht mehr. Hier, Eddie, du kriegst eine kleine Bauschung für mich. Was? Als ob sich der Pilz seine Wanner nicht aufgehoben hat. Aber als ob ich einfach gegen eine Wand fahre, die du hast. Also bin ich eigentlich genauso schlecht. Wer bist du? Ich mach euch alle fertig. Was? Wie der extra stehen bleibt, ne? Hau bloß ab da, Alter. Das Ding kommt diesmal nicht in meine Nähe. Sonst krieg immer ich das ab. Der hat es schon irgendwie versucht, indem er einfach stehen geblieben ist. Aber nö, Alter. Ich hab dann einfach eine Bombe hochgejagt. Und dann war Schluss. Boom. Nicht boom. Ach ja, was ich auch noch anzumerken hab. Wenn man einfach disconnected, was ja übrigens überhaupt nicht meine Schuld sein kann, würde ich mal einfach behaupten. Ja, also wenn man einfach rausfliegt, kriegt man Punkte abgezogen, Dicke. Also ich hab jetzt eben voll fett Minuspunkte wieder bekommen. So, und ich hab in letzter Zeit voll viele Minuspunkte bekommen. Einfach, weil man ständig rausfliegt. Nach jedem dritten Rennen ist einem irgendwie immer vorbei. Das ist jetzt mal richtig schlecht, würde ich behaupten. So, hier kann ich jetzt doch mal so durchfahren, weil ich den dicken Pilz hab. So, hier klappt man keine Items. Du kriegst das. Und, kommt's auch an? Nein, es kommt nicht an. Es bleibt lange vor dieser Daisy stehen. Und dann wird's abgewertet irgendwann. Irgendwann, wenn sie Lust drauf hat. So, Karen, was denkst du, wer du bist? Karen, wer bist du, wer du denkst? Das ist einfach mal das gleiche Auto, wie ich fährst. Was? Boah, Junge, wie die es schafft, ne? Aber dafür hat die das schlechte Item bekommen. Oh, fuck. Dafür hat mich jetzt auch einer bekommen. Sie hat mich richtig da weggedrängt, so dass ich mir kein Item holen kann. Das ist einfach mal voll gemein. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch schaffe, irgendwie... Okay, ich mein, der Typ auf Platz 6 ist auch schon dicht hinter mir. Ah, da ist ja schon mehr vorbei. Gut, Platz 6. Schafft man es noch irgendwie, das wieder gut zu machen? Irgendwie ein Item, bitte, von dem Kettenhund da. Dankeschön. Bitte sei, was ganz toll ist. Ah, es ist nicht so toll. Weil einfach nur einer hinter mir ist. Na gut, dann kriegst du das ab. Aber das bringt mich nicht weiter nach vorne. Das bringt mich nach vorne. Komm, Alter, Karen. Kennst du mich noch? Ich bin der Typ, der dich jetzt holt. Boom, okay. Einmal noch einen guten vierten Platz abgeliefert. Ob das Pluspunkte bringt, weiß ich nicht. Aber wenn nicht, dann bringt es wenig Minuspunkte. Und wenn es doch, dann bringt es wenig Pluspunkte. Das würde ich mal sagen, steht auf jeden Fall fest. So. Mal sehen, was meine Final Score am Ende wird. Oh, 47 ist doch besser, als ich dachte. Na gut. Nächstes Rennen. Nächstes Reden. Einen Moment, bitte. Okay, wir warten den Moment natürlich gerne ab. Rennen wird vorbereitet. Ich würde jetzt echt gerne noch Regenbogenboulevarden. Das wäre echt voll cool. Ist ja richtig epic, wenn die jetzt nochmal kommt. Pilzschlucht. Na, nicht Pilzschlucht. Pilzschlucht ist doof. Wohl kann Gott. Okay, dann doch, die Pilzschlucht. Ähm. Komm schon. Meine muss kommen. Blätterwald? Nee. Ey, das sind alle Sachen, die wir hatten ja schon alle. Okay, außer die Pilzschlucht und meine halt. Und der siebte kann sich ja gar nicht entscheiden. Wartet bis zur letzten Sekunde schön ab. Ah, nein. Ey, cool. Der ist auf meiner Seite. Komm, unsere Chancen stehen hoch. Meine, meine, oder die von dem Typen da. Ah, Vulkan-Grollen. Das ist ja flach. Ey, Mann. Genau die, die ich so am wenigsten von allen wollte. Das soll jetzt hier echt die letzte Strecke aller Zeiten werden. Das ist ja voll das blöde Finan. Na gut. Wie ihr wollt, ihr komischen Leute. Oder eher gesagt, komischer Leute. Also der ein Typ, der ich schreckt gewählt hat. Der wollte es also nicht die anderen. So, ihr fresst jetzt erstmal ein bisschen Bananen. Oh, yeah. Jetzt brauche ich... Ähm, okay. Roter Panzer soll das glaube ich tun. Ah, scheiße. Die hat 1000 Bananen bei sich. Ne, dann bringt's das gar nicht. Äh, leider nicht so. Aber einen Pilz hab ich bekommen. Das ist auch... Wow, noch ein Pilz. Ey, das ist echt ein netter Itemball hier gerade. Vor allem, wo kommen die anderen gerade? Ich fahr voll wie ein Meister. Und auf einmal beholen die mich einfach so trotzdem. Obwohl ich noch Pilze dazu hab. Einfach so Platz 4 wieder. Oh, fuck. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht einsetzen. Egal. Boah. Ich bin voll von der Strecke runter, man. Gut. Ich bin wieder irgendwie drauf. Nein, das geht nicht an mich. Gut. Ich weiß nicht, wo es gelandet ist. Ich bin voll gegen die Wand gefahren. Aber ich wollte echt nicht dieses komische Blitz-Dingel da haben. Okay, ähm, ich krieg... Oh, Power ist jetzt nicht so dolle. Na gut, setzen wir mal ein. Das hält die Leute jetzt nicht wirklich davon ab. Ah, komm. Fuck. Eine Bombe. Ich hab irgendwas zum Abwärmen gebraucht. Ich hab irgendwas gebraucht und ich hab nichts bekommen. Ach du Scheiße, wie der mich haben wollte, ne? Aber der hat mich nicht erwischt. Mit dem Stern. Gut. Nein, 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 nein. Okay, vorbei, vorbei. Ich spiel jetzt... Ich mach den Scheiß jetzt nicht nochmal durch. Tut mir leid, das war die letzte Online-Folge. Ey, ich hab sogar in die Richtung gedacht, wenn das jetzt hier weitergeht. Ich mach sogar so lange weiter nach der Strecke noch. Bonus-Material dran, ja? Noch mehr Strecken, bis ich den nächsten Disconnect hab. Aber wenn es jetzt schon... Boah, nein. Okay, das war's, würde ich sagen, für immer mit Mario Kart Online. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Das ist der Grund, warum ich das nicht spiele. Okay. Eigentlich ist der Grund, weil die Server jetzt abgeschaltet werden in wenigen Tagen. Aber wenn es nicht wäre, dann wäre das der Grund. Weil es einfach nicht geht. Ich will jetzt noch zum großen, großen Abschluss... ...vielleicht nochmal reingehen und meine Punktzahl angucken. Meine abschließende Punktzahl, die ich beim Mario Kart erreicht habe. Ich krieg Punkte abgezogen, wenn ich rausfliege. Das ist voll schlecht. Deswegen bin ich auch so tief gefallen, Mann. Und ich war irgendwann mal so... ...naja, 7800 Ding. 6, 5. Scheiße. Okay. Freunde. Ich geh jetzt noch mit Raum erstellen. Na, das bringt, glaube ich, nichts. Man kann Nachrichten eingeben. Hallo, guten Abend, lange her, viel Glück. Das sind voll die doofen Nachrichten. Naja. Egal. Raum schließen, ja. Doch! Ich will zum Beispiel auf einen Eingang, ja. So, Freundesliste. Ach, guck mal, da sind noch all diese Leute, die auch dabei waren bei diesem Spaßi-Magicat-Dingen. Genau, das waren die alle. Luigi. Luigi ist Marlon, das weiß ich noch. Ihr kennt vielleicht Marlon noch. Weiß ich gar nicht. Vielleicht kennen einige Marlon. Ich hab ein paar Videos mit Marlon. Okay. Freundescode registrieren. Na, ich glaube, dafür ist es zu spät. Gut. Ich bin fertig. Marlon Cut. Online ist hiermit durch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Es ist ein Desaster. Warte mal, ich kann mal Profilmenü gucken, oder? Da kann man, denke ich, auch noch irgendwelche Statistiken. Rekorde. Rang A, gefahrene Kilometer. Ich würde jetzt eher die Online-Dinger. Lieblingskurs. Ähm. Freundesrekorde. Ich hab viel mehr Niederlagen als Siege. Das ist nicht gut. Meine Punktzahl. Versus Rennrekord. Was kann man als Siege definieren? Und was als Niederlage? Also ich hab auf jeden Fall viel mehr Siege sogar. Naja. Erstplatzierung. Zeit als erst ein Prozent. Ich glaube, das ist auch für Online, oder? Wettbewerbsteilnamen steht da auch. Es gab früher mal Mario Kart Wettbewerbe, die von Nintendo offiziell gemacht wurden. Das ist echt cool gewesen. Ähm. Ja. Gut, das war die Statistik. Und jetzt beende ich hier wirklich. Also, bis dann. Und bleibt cool, wie ihr seid. Was? Wir sehen uns.